So, kommen wir zu Dogecoin, das haben sehr, sehr viele gefragt, ist aber natürlich relativ schwer zu analysieren. Erstens, es ist halt auch einfach ein Meme-Coin, sprich, ich halte da sowieso nichts von Spot-Positionen im Portfolio, wenn man mal so einen Gamble-Trade davon macht, das mache ich auch sehr gerne, würde ich in dem Sinne Short-Term hier auch nochmal eingehen. Wir haben hier folgende Key-Price-Level, wo der sich natürlich immer die Stops gefischt hat, sprich, sowohl Long als natürlich auch Short in diesem Bereich. Hier hat er immer wieder reingehauen, hier war es ganz knapp, hier hat er genau, Pip genau das nochmal angelaufen. Und genauso war es hier natürlich unten, wo er dann immer entsprechend Stops nochmal gefischt hat, wo die Leute hier natürlich, die jetzt hier beispielsweise, um das einfach mal zu erklären, sich jetzt hier einen Trade gesetzt haben, wurden abgeholt und sind entsprechend im Plus mit Sage und Schreibe stand hier so um die 40%. Selbstverständlich zieht man seinen Trade dann breakeven, also sprich, man nimmt das Risiko raus, wenn man jetzt hier so den Trade gesetzt hat, hier ist irgendwo der Stop-Loss, man ist so und so viel Prozent im Plus, insbesondere wenn man da vielleicht mit einem 5er oder 10er Hebel oder sowas drin ist, man nimmt das Risiko raus, zieht den Trade auf breakeven, dass man nichts mehr verlieren kann. Und hier haben wir das besagte horizontale Key-Price-Level, dann kommt er hier einfach nochmal zurück, um eben die Stops zu fischen, um danach wieder steigen zu können. Ja, das ist so typisches Trader-Verhalten natürlich und dementsprechend die Leute nochmal eben rauszuschmeißen, die bereits ihren Trade abgesichert haben, dementsprechend dann nochmal die Stops zu ziehen und ansonsten natürlich in unsere entsprechende gewünschte Richtung weiterzuziehen. Und genauso ist es natürlich mit den Leuten, die entsprechend Shorts eröffnet haben, genau umgekehrt. Da einfach nochmal die hier im Short drin waren, eben zack, die Position ziehen und wieder rückwärts, wenn wir beispielsweise jetzt in einem Bärenzyklus wären. Genau, ansonsten, aber Trade-technisch gegebenenfalls interessant, einfach die Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung. Hier in dem Fall nochmal, hier würden wir in dem Fall nochmal Long-Traden-Spot. Wie gesagt, nehme ich Meme-Coins nicht ins Portfolio auf. Traden tue ich sehr auf jeden Fall gerne mal, um die entsprechenden Gewinne dann natürlich wieder umzuverteilen in Bitcoin oder in andere Projekte, die ich per Spot aufnehme. Also das wäre in dem Sinne hier nochmal eine Position, wo man definitiv Dogecoin nochmal Long-Traden könnte. Und auch da müssen wir natürlich aufpassen, dass hier die entsprechenden, wenn wir mal einen kleineren Timeframe rübergehen, die entsprechenden Stops, dass die auf jeden Fall auch hier, ähnlich wie wir es da oben und unten am Key-Price-Level haben, dass auch die hier definitiv nochmal gefischt werden. Also mit dieser Bewegung hier einmal rein, um einfach die Leute hier nochmal aus dem Markt zu schmeißen. Entsprechend würde ich hier dann eine Long-Position eröffnen, dass wir dann da auch Bullish weiterziehen können. Grundsätzlich, ja, hängt das Ding natürlich auch einfach ein bisschen davon ab, wie Laune so von Elon Musk ist, ob der da nochmal drüber tweetet oder nicht. Ansonsten ist natürlich das genau der Grund, warum ich es nicht per Spot aufgenommen habe. Ja, ansonsten, ja, grundsätzlich, wenn wir es nicht als Meme-Coins, sondern einfach nur als Chart betrachten, ist es natürlich ein schönes Konstrukt, was wir hier haben. Sehr, sehr langer Seitwärtstrend, einfach seit Mai, Juni 2022 in dem Sinne schon ähnlich, wie wir es eigentlich bei Link gesehen haben, von daher, was man natürlich bei den Key-Price-Leveln auch beachten muss und wir auch schon häufiger gesehen haben, je öfter die angelaufen werden, desto schwächer werden sie. Na, also, dass wir in dem Fall beim nächsten mit der Rallye durchbrechen, ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Heißt, wir könnten definitiv, wenn wir den Bereich hier nochmal anlaufen, zack, beim nächsten Mal natürlich auch deutlich durchziehen, dass auch bei Dogecoin wieder ein bisschen was zu holen ist. Da irgendwie eine großartige Long-Term-Analyse von zu machen, von wegen, ja, der kommt straight auf einen Dollar und zwei Dollar und höher. Aber man weiß nie, wie die Community dahinter steht. Im Endeffekt resultiert das immer aus Angebot und Nachfrage, na, wie weit pusht die Community das, wie weit pusht gegebenenfalls auch ein Elon Musk das, aber ansonsten, ja, ist das für mich einfach aktuell relativ irrelevant, zumal wir hier noch sowieso nichts sagen könnten. Klar, wir können hier die übliche Bewegung da irgendwie so wieder einzeichnen, aber der hat ja noch nicht mal ansatzweise den Bereich unserer Key-Price-Level verlassen, von daher müssen wir da erstmal schauen, wie er sich verhält und vor allem, ob er die vorherigen Hais hier nochmal schlägt, sprich dieses Hai hier, das wäre nochmal interessant, ähm, überhaupt zu sagen. Wenn er das bricht, dann können wir weiterschauen, ob wir hier wirklich sagen, ah, okay, zack, wir zeichnen mal kurzweilig dies ein. Ansonsten heißt es bei Dogecoin, erstmal abwarten, sollte er, wie gesagt, hier den kleineren Bereich anlaufen, dann bin ich da guter Dinge, dass wir den auf jeden Fall nochmal long traden können und dann mit dem nächsten Anlauf das Key-Price-Level hier bricht und dann auch durchschießt. Das auf jeden Fall in dem Sinne zu Dogecoin. Ihr könnt mir sehr gerne mal eure, ähm, Preisziele für Dogecoin in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, der schafft das wirklich, das All-Time-High nochmal zu schlagen oder wird das links liegen gelassen und Zeit für andere Meme-Coins ist, wie wir es natürlich dann bei einem Schieber, bei einem Pepe und bei keine Ahnung was, was danach träglich immer mal durchgekommen ist, ähm, bei rauskommt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gerne ein Like und ein Abo dalassen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare.